Könnten Ina Müller und Markus Söder ein neues Promi-Traumpaar werden? Zumindest gehen der CSU-Politiker und die Moderatorin im TV schon mal verbal auf Tuchfühlung. Ina Müller begrüßt seit 2007 namhafte Promis und Politiker in ihrer Late-Night-Talkshow Inas Nacht. Von Wolfgang Kubicki über Joachim Lambi bis hin zu Joko und Klaas waren schon eine Menge an Stars und Sternchen in der NDR-Show vertreten. In der ersten Folge der 20. Staffel, die am Donnerstag, den 27. Juni erscheint, sind Politiker Markus Söder sowie Skirenläufer Felix Neureuther zu Gast. Doch besonders der CSU-Politiker sorgt während der Sendung für einige Überraschungen. Markus Söder ist seit 2018 Ministerpräsident des Freistaats Bayern. Doch nicht nur für Politik schlägt das Herz des 57-Jährigen. Denn während der Sendung Inas Nacht stellt sich überraschendes heraus, Markus Söder kann singen. In einem kurzen Clip auf dem Instagram-Account der Show wird der gebürtige Nürnberger am Mikrofon gezeigt. Er singt mit einer ziemlich rauchigen Stimme. Sie hieß Mary Ann von Freddie Quinn. Und den Followern gefällt es. Sie kommentieren, der Herr Söder kann ja echt gut singen, war sehr unterhaltsam. Muss ja nicht immer um Politik gehen. Und mal hinter die Fassade schauen, schadet niemandem. Politiker sind auch nur Menschen und abgesehen davon, so schlecht war sein Gesang nicht. Da gibt's Stars, die kaum einen Ton treffen. Doch der Gesang von Markus Söder ist nicht das einzige Thema, das im Clip angeschnitten wird. Denn die Gespräche vor Ort wurden intim. Ina Müller fragt ihren Gast, CSU war geil, oder? Woraufhin Markus Söder verschmitzt antwortet, ich fand den Strauß geil. Und er plaudert weiter aus dem Nähkästchen. Und ich habe auch ein Riesenplakat im Zimmer hängen gehabt, nur seinen Kopf. Nur sein Gesicht. Dafür erntet der Politiker von Ina Müller ein entsetztes Markus. Doch Söder packt weiter aus. Ja, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum, wenn ich mal ein junges Mädchen eingeladen habe in mein Zimmer, keine geblieben ist. Punkt. Doch es wird noch schlüpfriger. Denn Ina Müller fragt ihren Gast, bist du ein guter Lover? Woraufhin Markus Söder ins Schleudern gerät, ja, ich bin. Für Ina Müller steht hingegen fest, wahnsinnig im Bett, ne? Das muss man immer sagen. Du musst als man immer sagen, ich bin wahnsinnig gut im Bett. Punkt. Doch der bayerische Ministerpräsident lässt sich zu so einer intimen Aussage nicht hinreißen, sondern kontert, ich bin. Wahnsinnig früh im Bett. Schlagfertig ist er allemal.